Wir sind hier im Wald. Im Wald? Und da hat es die Bären. Und der Bär! Er ist nur scharf auf meine Roulade. Da kommt der Bärenzüchter. Der Bärenzüchter. Hier ist der Bär. Ganz unauffällig müssen wir uns verhalten. Der Bärenzüchter hat mit einem bestimmten Belagruf geholt. Du bist eine Schnur, oder? Hä? Ein bisschen. Auf. Ein schöner Rucksack im Fall. Der Bärenzüchter hat einen Bezüchter bezwungen. Schöner Rucksack hast du. Ja, ist gut. Schmied versucht einen Bären zu erschmetteren. Das ist nicht schade. Schade. Gar nicht. Das ist schnell los, Roberto. Wir sind im Allstil dabei. Und wir haben... ...das Alien-Skelett gefunden. Man könnte hier... Vielleicht ist es hier auch ein Bärenzüchter. Luca! Es bewegt sich noch. Es bewegt sich noch. Es läuft! Und es schnappt sich in! Oh nein! Nein! Aber jetzt steht es wieder da. Vielleicht kommt der Riesenmorschung. Und er schnappt ihn auch! Schmied! Schmied! Nein! 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 Hier! Ruhe! Nein!